So besser? Ja. Okay. Wie ich grad einfach fast TeamSpeak geschlossen hätte. Oh. LOL. Was ist denn hier los? Ich glaub hier ist einfach... Ich glaub hier ist einfach Wasser verdunstet oder so. Wie ich grad einfach fast TeamSpeak geschlossen hätte. Kann schon sein. Läu. Nee, das wär unmöglich. Viel zu früh. Ja und das Wasser kam auch viel zu früh. Ja und das Gras kam auch viel zu früh. Oh mein Gott, unberechenbare Apokalypse. Es ist wie bei The Day After Tomorrow so. Wir hatten doch gar nicht erwartet, dass es jetzt schon passiert. Das gucken wir gerade in Englisch. Ja. Ja. Was hat ihr denn für coole Wert? Gucken sowas nie. Naja. Die Lehrerin ist etwas überzeugbar oder wie man das auch nennt. Sie hat nicht wirklich Willensstärke, glaub ich. Naja, so wie unser Französischleben. Boah Leute, ihr müsst mich hier rausholen. Boah Junge, komm einfach hierher. Das wird jetzt nicht so schwierig sein. Ja eben, ich find's grad nicht. Alter, mein Handy regt mich grad auf. Und mein Minecraft ist ab. Wenn ich jetzt schon an die Oberfläche gehe, verbrenne ich dann. Oh. Äh nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Apokalypse ist ja unberechenbar. Also ja, wahrscheinlich schon. Ja okay, geil. Und bring, bring Knochen mit Deko. Apokalex. Apokalex. Apokalektik. So heißt die, so wird die Staffel bei mir heißen, Apokalex. Ich hab einfach gar keine Ahnung. Ein Minecraft mit einer Kiste. Was ist drin? Ich darf's nicht öffnen. Wieso darfst du's nicht öffnen? Natürlich darfst du's öffnen. Nein. Das ist kein Essentials installiert. Nichts hält ich auch. Ich darf's. Ich darf's. Ich darf die Kiste nicht öffnen und das Minecraft darf ich auch nicht kaputt machen. Oh. Kannst du irgendwelche Blöcke zerstören? Ja. Steht da was im Chat? Nö. Dann ist es wahrscheinlich ein Leck. Das ist einfach noch ne Kiste. Warte. Wenn ich wüsste, wo du langgelaufen bist. Ja, wüsst du. Äh ja, ich bin da. Folg mal einem Gang. Ich glaub ich hab den Gang gefunden. Also schick nochmal deine Koordinaten. Äh, meine Koordinaten sind... Hundertneu... 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 Hast du Fackeln gesetzt? Ah ah. Okay. Doch. Können Flaps echt gegen meine Mülltonne werfen. Äh, ich... Einfach so dumm. Ich krieg die Kisten auch nicht. Wir sind drei Kisten. Drei. Ich glaub ich komme irgendwo in deine Nähe, ja. Schick nochmal Koordinaten, oder? Hast du geschickt? Ja. Hundertneuun siebzig... Nee. Sind die noch aktuell die Koordinaten? Ach ja, da kann ich hinkommen. So, ich fang jetzt nochmal ganz neu mit der Aufnahmen an und starte erst ab hier. Alter, es geht gar nicht. Die Aufnahme ist inzwischen dreimal abgestürzt. Rettung... Sanktion... Warte mal. Okay, bin glaub ich gleich da. Okay, ich muss mich glaub ich hinbuddeln. Wenn du dich siehst, dann sag mir einfach deinen Namen. Äh, dann muss ich einfach deinen Namen sehen. Also ich bin mindestens noch dreier Blöcke von dir entfernt, die ich mich hinbuddeln werde. Ach so, geil. Und ich hör Zombies. Okay, ich hau ab. Tschüss. Ich seh deinen Namen. Bleib stehen. Kann gar nicht sein. Doch, ich seh deinen Namen. Dann schick doch mal deine Koordinaten. Oder sag sie zumindest. 185 ist X und Y ist 29. Kann nicht sein. Ich bin mindestens... Doch, ich seh dich hundertprozentig. Ich guck doch mal. 500, 600 Blöcke von dir entfernt. Guck mal meine Namen. Ist da irgendwo ein Minus vor deiner Zahl oder so? Nein, wirklich nicht. Guck einfach mal meinen Namen. Du siehst mich nicht? Nein, ich seh dich nicht. Warte, ich bin gleich bei dir. Da brauchst du sneaken. Ah, da bist du... Ich sneak nicht. So, bei mir geht das jetzt auch weiter. Ich seh's. Bei Nortax fällt alles. Ja. Ey, jetzt ist echt schlimm. Die Aufnahme ist fünfmal abgebrochen, oder? Keine Ahnung, egal. Jetzt sollte es funktionieren. Und ja, was... Was mehr geschah. Wir haben eine schöne Basis gebaut. Deiko ist irgendwo verschollen. Ähm... Und Tobi sucht ihn gerade. Wir haben eine kleine Farbe. Wir drehen gerade den Film verschollen. Kommst du gerade zu mir? Ach das, das ist dein Name. Siehst du? Das kann nicht sein mit den... Oh, jetzt habe ich den Screenshot gemacht. Das kann nicht sein mit den Koordinaten. Doch, das kann sein. Wenn du Minus... Wenn du irgendwo bei Z irgendwas mit einer positiven Zahl hast, dann bist du... Ich habe doch kein Z gesagt. Ja, warum sagst du dann Y? Hä? Was sagst du? Das erste ist X, das zweite ist Y. Ja, aber wenn Y bei dir 37 ist. Ja. Jetzt ist es bei mir 35. Warum schreibst du mir dein Y? Was will ich damit? Y ist die Höhe. Ja. Oder? Ja, aber die Höhe ist doch gar nicht wichtig, wenn ich wissen will, wo du bist. Ja und? Ich habe trotzdem geschickt. Oh Gott. Dann schick wenigstens dann auch ein Set irgendwann. Okay, komm zu mir. Wo bist du denn jetzt? Bei dir hier genau. Siehst du das nicht? Ich sehe deinen Namen wieder nicht. Ich drehe einfach ein bisschen im Kreis, bin fast genau bei dir. Dann komm zu mir. Mach ich gerade. Das ist einfach nur der, wie viel Kies. Das wäre so richtig epic, wenn es hier einfach Lava reinfließen würde. Ah. Torflex. Komm mit. Ich spring dich jetzt nicht nach Hause. Ich spring dich. Ich spring dich nicht. Ich spring dich. Ach, warte, falsche Richtung. I'm coming home. Ach, warte, falsche Richtung. I'm coming home. Copyright. Vielleicht nicht sing. Ist doch copyright. Jetzt wird der Video noch gesperrt, Alter. Ich will ja nichts sagen, aber ... Ich höre so ne Musik eigentlich gar nicht. Ist das hier die Mine? Ja, hier hab ich das gefunden. Wir haben uns verlaufen. Sag jetzt nicht du weißt... Ey komm doch, ich weiß wo es zurück geht. Komm mit. Und bau mal nebenbei das Eisen ab. Ich hab einfach über einen Stack Eisen. Ich hab fast anderthalb Stacks. Sola Apokaly... Bist du sicher, dass es hier lang geht? Das ist einfach so ne Wand. Wir pilgern einfach irgendwo lang. Apokalypse juckt uns nicht. Hier sind noch Fackeln. Ja, das hab ich eben gesetzt. Hier oben lang wahrscheinlich. Hier ist Eisen. Ich glaub wir brauchen gar kein Eisen mehr. Hier ist noch mehr Eisen. Einfach so viel Eisen, Alter. Oh, hier gehts auch nicht lang. Ich hab anderthalb Stacks. Oh krass. Du hast Schaden gekriegt von dem Kies. Hab ich auch grad eben bekommen. Er findet zwei Herzen. Alter, wenn ich jetzt an Hunger sterbe, ne? Hier, friss das. Okay, geil. Ah. Scheiß, Sonik, das hilft uns. Wie seid ihr denn, Alter? Wir haben einfach keine Ahnung, wo wir sind. Hier hoch stapeln. Komm, wir stapeln uns jetzt hier hoch. Und scheißegal. Nein, 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 nein. Warte, warte. Hier. Ne, doch nicht. Stapel dich einfach hier. Komm hier hoch. Nein. Ah, ich backe deinen Blob. Ist doch egal, komm jetzt einfach hier hoch. Alter, mein Hausbuck. Okay. Ja. Ich hab einfach mehr. Ich hab einfach mehr. Ich hab einfach mehr Eisen. Hier. Komm mal hier mit. Zombie. Wir sind jetzt schon... Wir graben uns jetzt hier an die Scheißoberfläche. Und dann sind wir auch draußen. Ja, was wär verbrennt? Uh. Was wär verbrennt? Ah, es ist Nacht. Äh, okay. Es ist Nacht. Das ist schon mal nicht gut. Wieso? Äh, Monster? Lol. Wir sind mitten im Lungen im Meer. Alter, wo sind wir denn hier? Alter, wirklich? Wo sind wir? Alter, lauter nicht, hilf uns. Ach doch, hier. Ich weiß, wo wir sind. Komm hier. Ich nicht. Komm mit mir mit. Ich warte, gleich kommen einfach vier Endern, wenn wir sind tot. Komm hier, gefriert schon alles. Warte, wir töten erst mal das Hühnchen. Die gefriert einfach schon alles. Da hinten ist ein Creeper. Alter, es sind drei Zombies. Geh weg. Es ist wieder mal so ein unsterbliches Hühnchen. Kannst du es schlagen? Nö. Okay, pass auf, der Zombie kommt. Da hinten ist ein Creeper. Komm mit. Oh, oh. Alter, es sind viel zu viele Viecher. Wir müssen hier ganz schnell weg. Da ist ein Creeper, das ist ein Creeper. Da sind zwei Creeper. Ich weiß. Oh, es gibt ja gar kein Better-Sprint. Okay, warte. Der klemmt da. Lauf! Wow! Wie viel hat es Schein gemacht? Alter, ich höre es doch hier schon explodieren. Ja, ich weiß. Wir sind ja auch hier in der Nähe. Ah, Skelett, Skelett, Skelett. Komm rein, komm rein. Torbrex, komm, hier ist Nautix. Komm rein. Okay, okay, schnell runter, schnell runter. Schnell runter, schnell runter, schnell runter. Oh mein Gott. Brauchen wir uns noch eine Tür? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Tür. Ich würde sagen, ich bin jetzt einfach fiesig. Ich cutte jetzt einfach an der Stelle. Na ja, auf. Ich würde sagen, ich cutte jetzt einfach an der Stelle, weil ich bin jetzt zurück. Und ja, mega geil, Mann. Auf jeden Fall dann. Ich muss Skelette töten gehen. Würde ich sagen, kommt bald die nächste Folge. Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Und ciao. Torbrex, warum brauchst du eigentlich Skelette? Äh, Knochenmehl. Leute, seid mal leise, seid mal leise. Hallo Ted, willkommen zur nächsten Folge. Pack mal dein Gold hier rein. Wir haben eigentlich noch gar keinen Plan, was wir machen wollen. Doch, wir müssen erstmal Knochenmehl finden und essen. Essen ist das Wichtigste. Also, ich habe keinen Plan, aber Torbrex seinen Plan. Alter. Aua. Da ist jetzt einfach ein Stack drin. Alter, sag jetzt nicht, du stirbst. Das Skelett würde mich kaum töten, aber es hat einen Herzschaden gemacht. Und hat nicht mal Knochen gejobbt. Skelett, Skelett, Skelett. Aber das würde mich auch nicht töten. Oh Gott, Spinne. Okay, das hat einen Knochen gedroppt. Aber die Spinne wird gefährlich. Okay. Ein Knochen habe ich auch. Ein Knochen habe ich. Immer noch fast voll, aber eins fehlt mir. Ich brauche mal zu. Baut doch mal einen schönen Eiger. Einen schönen Rennen. Bau gerade erstmal Räume für uns alle. Bau gleich erstmal so einen richtig hässlichen Turm. Aber so richtig hässlich. Einfach nur damit, wir wissen, wo wir hin lang müssen. Wie viel Schaden kriegt man, wenn man blockt von Skelett? Ich weiß es nicht. The Creeper! Lauf, Torbrex, wie du stirbst. Zombie! Vier Herzen! Lass mich rein! Wo bist du? Es lächelt rein! Jo, hier oben gefriert schon alles. Als ob. Alter, Torbrex, komm rein! Ja, ich komme. Wieso sterben wir? Wenn ihr so sterbt, ihr? Ich habe vier Herzen. Ich habe den Zombie gerade mal mit einem Hit weggegeben. Wo sind die sechs Gold? Oh, fuck. Leute, was macht ihr denn da? Alter, erstmal was essen. Okay. Nautax, chill einfach so ein Leben, Alter. Wir sind hier fast am sterben, alle. Ja. Okay, erstmal ein bisschen Knochenmehl auf das Ding. Erstmal Rüstung machen. Mach euch erstmal schöne Räume hier und ihr verreckt bald einfach. Okay, ich habe schon mal ein bisschen das... Bald kannst du schon einen Sarg für mich bauen, Mann. Ja. Freue ich mich schon drauf. So Leute, kommt mal hier hinter. Einweihung eurer hässlichen Räume. Was geht's ab? Nichts besonderes sind. Hier, da könnt ihr reinbauen, was ihr wollt. Oh, ist der riesig. Kannst du ja noch größer bauen. Hier ist die Vitrine, okay? Wo ist meinst? Das ist mein Raum hier? Nein, Alter. Ja, aber wenn das Schild da so steht, dann weiß ich ja nicht, ob das okay. Ja, das ist in der Mitte. Boah, der ist ja riesig, Alter. Hab ich auch gesagt. Ja, bau ihn halt größer, Mann. Ich mach da jetzt erstmal, klar, den Boxen. Vor allen Dingen, dafür hat der so lange gebraucht, Alter. Ich entdeck die Minen und bereise die... Wieso? Ich hab die ganze Zeit... Komm mal mit, Deiko, was ich gemacht habe. Hier. Eine Million Weltmeere, Alter. Deiko, komm mit, komm Deiko, Deiko. Hier, das hab ich gebaut. Deiko, Deiko, ich habe diese ganzen normalen Blöcke, äh, also Stone-Blöcke aus, äh, durch Cobblestone ersetzt. Oha, krass. Weil ich mir einfach langweilig war. Okay, ich mach... Hat jemand einen Apfel? Ach, hier ist einer dran. Okay, ich mach mir jetzt einen goldenen Apfel, weil ich hab hier Herzen. Mh, okay, mach das. Oha, ich... Falls jemand Hunger hat, ich hab verrottetes Fleisch genug erstmal zum Essen. Ah... Ich heile mich. Warte, wir sollten schon mal einen Stall bauen, ich hab ein paar Eier. Scheiße, mir fehlen noch... Mir fehlen noch vier Herzen. Ich hab einfach gerade eben richtig auf die Fresse bekommen. Alter, dass wir doch nicht gestorben sind, das ist echt ein Wunder. Wie wir in der anderen... Weißt du, in der anderen Staffel... Weißt du, in der dritte Staffel war, glaub ich, zweite Folge, haben wir grad die Base gebaut. Kommen so zehn Zombies. Nautix wird erstmal von Zombie-Fix-Ladir getötet. Ja, richtig dumm. Okay, ähm, was werd ich jetzt machen? Ich geh ein paar Schafe jagen. Scheiße, ich brauch Wals. Wow, ist das Nacht, fuck. Sollten unbedingt... Nicht, noch nicht raus, noch nicht raus, leider. Auch schon. Ja, wir haben noch gar nicht genug Wolle. Ja, auf einem Bett haben wir schon Wolle. Ja, jetzt hab ich grad eben geholt. Warte, wo sind die Eier? Aber wir haben schon neun Eier. Ich weiß, die hab ich auch geholt. Ich hab sogar noch eins, warte. Hier. Ein Hühnchen. Ich hab noch eins reingetan. Okay, dann... äh, werf ich das gleich mal. So, ihr wollt einen schönen Eingang, oder wer auch immer das gehört hat. Ja, ja, Eingang wär gut. Wir sollten nicht so runter... Wir haben die Action, Alter, und ihr bauen. Ja, Alter, muss ja bauen. Du kannst auch gerne bauen, wenn dir langweilig ist. Ich guck mal, wo oben noch was los ist. Oh, Mann, Alter. Ist das total so Action, Action? Wir haben noch gar keinen, wir haben noch gar keinen Eier. Endliche Wasserquelle, Mann. Warte, da ist ein Hühnchen. Mal gucken, ob's vielleicht doch Eier legt. Komm, schön, Hühnchen, komm schon. Oder warte, das kann ich schon mal Samenködern, oder? Ja. Okay, komm, Hühnchen, komm, komm. Nicht da lang, okay, das geht auch. Nein, nein, nein. Das war eine gute Idee grad. Jetzt machen wir wieder hier diese Hütchen-Action, Niklas. Weiß ich noch. Okay, Hühnchen, 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 hinter dir. Okay, okay. Ist einfach immer noch Nacht, Alter, wie lang ist denn Nacht? Hühnchen, ja komm. Die Nächte werden immer länger, Tobi, ne? Ja, ich weiß. Nächte und Tilge werden immer länger. Das haben wir vergessen zu erzählen. Die Nächte werden immer länger, aber auch wieder. Die Nächte werden immer länger, oder? Das haben wir noch nicht. Das haben wir verändert. Das haben wir vor, wir sind. Die Nächte werden immer länger, aber auch schon mal. Das mit der Nächte werden zumindest, die wir bitten, dass das nicht immer mehr. Das die Nächte werden immer wieder, Das ist ja, wir werden sicher Father, die wir ständig und wieder sind, das ist jetzt schon einmal verbreitet. Bis zum nächsten Mal.